Herzlich willkommen am Stand von Le Grand. Ich wollte Ihnen ein paar Highlights erzählen auf der Messe. Wir haben das MyHome-System ausgestellt, wo es einen Web-Server gibt, wo Sie sich von überall auf der ganzen Welt einklinken können, Ihre Heizung steuern können, Ihre Beschallungsanlage, Ihre Kamera zu Hause und auch nachschauen können, ob die Kaffeemaschine noch ein oder aus ist. Wir haben das neue System von Axolot. Das gibt es in weiß und in nachtschwarz. Das heißt, hier können Sie ein wunderschönes Design im Glas-Design verwenden, eine Sprechanlage im ganz neuen Design. Neu die Marken Vangel, wo wir Gitterrinnen haben und Kabeltassen. Sohini, ein System, wo wir Stromschienen verteilen können, wo wir eine eigene Technikabteilung haben, die Sie beraten wird, die Ihnen helfen wird. Ja, zu guter Letzt Soliroc, das Vandalensichere-Programm. Für den harten Einsatz in Strafanstalten, Schulen, Kindergärten und so weiter. Plexo, ein Feuchterraum-Aufputz-Programm, dass es Unterputz und Aufputz gibt und auch flexibel. Sie können selbst zusammenstellen, den Rahmen und die Einsätze kombinieren, auch für die Lagerhaltung ein Vorteil. Ja, und das Mosaik-Schalterprogramm, eine Systemlösung im Office-Bereich, wo wir vom Schalter über Kabelknäle, Energieverteilersäulen und der Flur dieses Programm einsetzen können. Und zuletzt auch gibt es für den Schreibtisch ein eigenes Programm, wo Sie sich selbst gestalten können. Was möchte ich am Schreibtisch haben? Möchte ich einen Datenanschluss haben, nur eine Steckdosen-Schalter und so weiter. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.